servus und herzlich willkommen zurück zu minecraft 12 wir wollen jetzt unsere schmiede noch voll enden das mal gucken ja warte mal, wir wollen dass wir Papier verkaufen gehen, schnell noch bei dem können wir noch Papier verkaufen, bei dem hier da ist auch noch neuling ok, jetzt können wir hier, oh, vier Bücher für ein das sind drei Papier und ein Leder gucken ob wir hier irgendwo Papier verkaufen können Berlin da müssen wir uns immer was ordentliches einfallen lassen so, wo ist unser Geld, hier haben wir 27 Schätze, hier Bücher haben wir noch da 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 wir werden auch einfach mal risch hier auf links tour gehen das ist halt das problem ja dass ich halt dann die ganze zeit irgendwo rum so dass es drin gut gut los wir müssen dann auch noch Dings bauen müssen dann auch noch das ist auch schon die das müsste eigentlich noch ein Stück weiter kommen das hier dagegen läuft das ist natürlich schlecht ich will das hier machen dann wissen wir warum das ist das ist das ist so das ist das ist das ist das ist das ist 3 4 so der dort dagegen läuft hätte man das alles ein stück nach links gerückt wäre das kein problem gewesen hat auch das hier dagegen läuft ist das nicht 3 ja da 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 haben wir ja nicht mehr da 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 so und die erst mal raus und die erst mal raus das geht auch so fit müssen wir das so machen wir brauchen demnächst doch ganz viel von dem zeug wird es uns nicht anders werden ja mal schnell grinsen ja 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 halt auch nichts ja die schmelzen mir gleich ein mein Freund ganz heißen das bringt mir aber auch nix so so man kann nur hoffen dass wir irgendwo was rumlungen haben an steinziegeln dass wir jetzt noch ein bisschen was fertig haben machen kann ansonsten sehe ich uns gezwungen steine zu klöbeln ich hätte höchstens noch aus dem kummen begangen ja 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 Ja, da da. dass es umgebrannt ist ich meine es wird bestimmt auch nur im schmelz öffnen gehen nur fürs reine umschmelzen von metall haben wir mal vier herstellen so das brauchen wir das haben wir jetzt aber keine da bloß die samen noch ist da jetzt eine armee von golems gebaut da drüben da ist es ja mal wieder einer rein spaziert wer weiß und Händler ist da drinnen, nur noch. Der ist aber noch nicht de-spawnden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 irgendwann ist das knallen so Ah, Strudel. Ah, Strudel. Ah, Strudel. Ich will sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich werde noch ein bisschen versuchen, meine Spitzhacke zu reparieren, erstmal so provisorisch. Ich will sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.